Ich habe online was entdeckt, und zwar eine Gamer, Geek & Nerd Mystery Box. Das habe gar nicht ich entdeckt, das wurde mir auf meinem Discord empfohlen. Also erstens danke dafür und zweitens, wenn ihr meinem Discord auch joinen wollt, dann findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Ja, was ist denn eine Mystery Box? Eine Mystery Box ist eine Schachtel, die man für viel Geld zahlt und keine Ahnung hat, was drin ist. Klingt jetzt natürlich nicht besonders intelligent, warum ich das trotzdem gemacht habe, werde ich euch im Laufe dieses Videos erklären. Und damit würde ich sagen, legen wir los. Einen wunderschönen und willkommen zu meinem ersten Mystery Box Opening. Und zwar ist die Mystery Box von Lootchest. www.lootchest.de, eine Gamer, Geek & Nerd Mystery Box. Kurz vorab, das Video ist nicht gesponsert, ich habe die Box natürlich selber bezahlt. Nicht, dass ihr denkt, dass mein Publika-YouTube-Kanal irgendwas umsonst bekommt. Gucken wir uns die Box erstmal von außen an. Für Geeks bin ich, für Gamer bin ich definitiv. Lootchest, dein Wow ist unsere Quest. Slogan auf Wish bestellen. Wobei ich schon so kleine Vibes für World of Warcraft kriege. Ja, warum kauft man jetzt eine Mystery Box? Gute Frage, gell? Ich denke, wir Gamer haben da einfach eine Affinität dazu. Zum Beispiel in Skyrim, wenn man irgendwelche Hüllen erforscht in der Hoffnung, dass man irgendwelche Items kriegt, die besser sind als die, die man schon hat. Meistens war es Müll, man ist trotzdem in jede Hülle marschiert. Gleiches gilt für Fallout, wenn man in irgendeine Vault reingegangen ist. Da war nur Müll drin. Aber man hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Man hat jede Vault durchsucht und hier und da wurde man dann ja auch belohnt. Oder das beste Beispiel, Chest Opening in zum Beispiel Rainbow Six oder FIFA. Es ist doch fast immer Quatsch, den man da kriegt. Aber man hofft halt das Beste und man wird halt hier und da auch ordentlich belohnt. Und das ist die ganze Geschichte jetzt einfach in real life. Ist das Zeug, was da drin ist, sein Geld wert? Ist es Zeug, das ich brauchen kann? Ist es Zeug, was besser ist als das, was ich schon habe? Oder ist vielleicht einfach Müll drin? Keine Ahnung. Kommen wir erst einmal kurz zum Preis. Was kostet denn so eine Box? Ich habe das 6-Monats-Abo genommen. Das heißt, ich kriege 6 Monate lang so eine Box. Sprich, wenn ihr auch weiterhin sehen wollt, was in den Boxen drin ist, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auf jeden Fall, wenn man diese Box 6 Monate lang bestellt, dann kostet es pro Box 20 Euro. Also 20 Euro im Monat. Laut Versender ist die Box aber auf jeden Fall mehr wert. Also man kann nichts kriegen, was unter 20 Euro wert ist. Ich persönlich zahle 25 Euro, weil ich habe noch das 5 Euro Plus genommen. Das bedeutet, dass auf jeden Fall ein Artikel drin sein wird, zusätzlich noch im Wert von 10 bis 15 Euro. Ob das jetzt ein Artikel ist, der interessant ist für mich, werden wir gleich feststellen. Deswegen auch ein Grund, warum ich diese Box genommen habe, ist, dass, so wie ich es verstanden habe, immer eine Funko-Pop-Figur drin ist. Und diese Funko-Figuren sammle ich halt. Deswegen halte ich das auch für ganz passend. Aber jetzt schnacken wir nicht lang, sondern gehen rein in die Olga. Ich habe mir sogar extra ein Unboxing-Messer geholt. Das hat es unbedingt gebraucht für so einen kleinen Garton. Und dann machen wir die Gaudi auf. So, dann haben wir als allererstes ein Buch. Okay. Cthulhu. Allein gegen die Flammen. Keine Ahnung, was das ist. Allein gegen die Flammen. Dies ist ein Solo-Abenteuer für das Rollenspiel Cthulhu. Die folgende Erzählung ist eine Horrorgeschichte, die dich in den 20er Jahren entführt. Und du bist die Hauptperson. Okay, es gibt also anscheinend ein Spiel, das Cthulhu heißt. So in Richtung Dungeons & Dragons. Sieht es jetzt auf den ersten Blick aus. Ich kenne es nicht. Aber das ist ja auch das Interessante an so einer Box. Also ich werde mir das jetzt auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht ist es ein Spiel, was mich interessiert. Und dann habe ich über die Box was Neues entdeckt. Das finde ich natürlich cool. Als nächstes haben wir einen... Das ist jetzt kein... Das ist ein Bringbecher. Ein Captain America Trinkbecher. Und das ist natürlich ganz wichtig. Wobei ich sagen muss, meine Tochter wird sich freuen, oder? Reusable Planet Care. Ja, mein Gott. Kann man immer brauchen, oder? Schön groß. Kriegt meine Tochter. Tolle Sache. Oh, da ist ein Kuti drin. Es heißt Toxic Waste. Unfassbar sauer. Blue Raspberry. Das probieren wir doch. Meistens, wenn da unglaublich sauer draufsteht, ist es das halt nicht. Oh mein Gott, ich kriege das gar nicht aus der Packung. Das könnte sauer sein. Hm. Oh, okay. Das ist schön, okay. Das ist sauer. Oh, oh, oh. Oh Gott, da sind ja noch mehr drin von den Dingern. Ich würde sagen, die geben wir mal auf. Ach so, und das habe ich vergessen zu erwähnen. Und zwar ist anscheinend auch immer ein Kleidungsstück drin. Ja, nee, weiß ich nicht. Wir gucken uns auf jeden Fall mal an, was es denn für ein Kleidungsstück ist. Ob es passt, steht auf einem anderen Blatt. Das Kuti ist richtig lecker, jetzt wo die sauer weg ist. Und zwar ist das, was ist das? Was bist du? Keine Ahnung. Hawkins. Könnt ihr das sehen? Ja. Keine Ahnung, was das sein soll. Ob das irgendeine Serie ist oder irgendein Film. Hawkins, Indiana. Ne, ich habe keine Ahnung. Schaut ein bisschen aus wie von Stand By Me oder so. Da steht auch Lootchest oben drin als Marke. Weiß nicht. Machen die die selber? Bedrucken die die selber? Hm. Ich werde später mal am Problem. Dann haben wir... ...ne Tasche. Ein Lunchbag. Von Game of Thrones. Joa. Joa, nö. Reunig. Das ist einfach eine blöde Tasche. Also, Game of Thrones fand ich sehr geil. Bis auf die letzte Staffel, versteht sich. Ähm. Aber ne, sowas brauche ich nicht. Dann haben wir eine Postkarte da drin. Von Loki. Ne, brauche ich auch nicht. Okay. Dann haben wir noch mal ein Heft drin. Zauberweltenonline.de. Powder Mage. Monster Magier Märchenwelten. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Ja, das ist so ein Produktkatalog, Tankkatalog wie Elbenwald oder so. Ein paar Rabattgutscheine drin. Joa. Werde ich mal durchblättern, wenn ich... Weiß nicht. Irgendwann. Dann haben wir hier Let's Loot. Irgendein Lootbook. Was soll das heißen? Also, dieses Heft war auch hier drin. Hier wieder Game of Thrones. Ähm. Und hier ist auf der zweiten Seite eine Umfrage, wie man das hier fand. Ja, wie ist das Zeug, was da drin war. Und das sind genau die Artikel, die ich auch da drin hab. Komischer Zufall. Ach so, nee, nee. Okay. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Du kriegst dieses Heft wirklich passend zu deiner Box. Also, da ist das Zeug. Hier steht das Zeug drin, was dann auch in deiner Box war. Und dann kannst du auch nachlesen. Also, ich kann jetzt hier auch schauen, was zum Beispiel dieses T-Shirt... Das T-Shirt ist übernatürliche Ereignisse und geheime Experimente der Regierung. All das geschieht in der 80er-Jahre in dem kleinen Örtchen Hawkins. Dazu streut man noch ein kleines Mädchen mit psychokinetischen Stranger Things. Habe ich echt nicht erkannt. Oh mein Gott, ist das peinlich. Oh, dann taugt mir das T-Shirt. Dann finde ich es cool. Hoffen wir mal, das passt. Du wolltest schon immer mal ein Pen & Paper ausprobieren, hast aber keine Spielleiter oder Mitspieler. Ah, das Cthulhu ist quasi wie Dungeons & Dragons. Also, ein Pen & Paper-Abenteuer, aber für Singleplayer. Das ist cool. Das finde ich richtig cool. Ja, das Zauberwelten ist tatsächlich... Es gibt mal wieder was zu lesen. Die letzte Ausgabe der Zauberwelten war mit spannenden Themen. Monster, Magier und Märchen. Welten auf dich. Ja, juckt mich jetzt auch nicht so. Eine Sache ist noch drin. Und über die freue ich mich. Die werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar... Oh mein Gott, das freut mich richtig. Lustiger Zufall, dass ich am Anfang vom Video noch drüber gesprochen habe. Das... Die Fallout-Tasse. Das ist cool. Das freut mich echt. Ja. Schaut sie euch an. Der Pip-Boy. Das ist cool. Freut mich sehr. War es das Geld wert? I don't know. Ich schätze mal, dass das diese Tasse der Plus-Artikel war. Weil die Tassen sind schon nicht so günstig. Ohne den Plus-Artikel? Nee. Nee, nee, nee. Wäre es auf gar keinen Fall wert. Das muss aber nichts heißen. Ja, man hat bei diesen Lootboxen Glück. Man hat Pech. Wie es halt im Gaming auch ist. Also, wir werden die nächste Lootbox aufmachen und haben vielleicht viel bessere Sachen drin. Und das Einzige, was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde, es war keine Funko-Pop-Figur drin. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass immer eine Funko-Pop-Figur drin ist. Da habe ich mich anscheinend getäuscht. Ist jetzt kein Weltuntergang, weil Funko-Pop-Figuren gibt es halt extrem viele. Und ich sammle natürlich nicht alle. Ich sammle die von Filmen, die mir gefallen, von Serien, die mir gefallen. Ihr könnt unten auch mal eine Name zum Wishlist schauen. Ihr braucht ja nichts kaufen. Also, darum geht es nicht. Aber dann seht ihr auch was für Filme und Serien, das ich cool finde. Weil eigentlich von jeder Serie und jedem Film, den ich cool finde, habe ich diese Funko-Pop-Figuren drin. Wie gesagt, kaufen braucht ihr da nichts. Ja, aber wie gesagt, ohne diese Tasse wäre es die Box nicht wert. Ich habe aber solche Tassen, gibt es zum Beispiel mit Saturn, da kosten die schon mal so um die 20 Euro. Also, ist okay. Das T-Shirt finde ich auch ganz cool. Das Cthulhu werde ich mir anschauen. Vielleicht ist das auch cool. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Hätte ich mir jetzt persönlich aber nicht gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war mein erstes Loot-Chest-Unboxing. Fünf Boxen werden noch kommen. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Ich hoffe, ihr schaut zu. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen in die nördliche Richtung da lassen. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Um kein Video mehr zu verpassen. Ich danke euch allen für euren Megasupport. Bis zum nächsten Mal.